In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an einem Beispiel an, wie du mit einer statistischen Methode eine sehr nützliche Analyse in Microsoft Excel anwenden kannst. Bei der statistischen Methode handelt es sich um den Modus. Was ist nun der Modus? Diese statistische Methode gibt dir den häufigsten Wert aus einem Datenbereich zurück. Und genau das sehen wir uns mit diesem Beispiel oder dieser Vorlage näher an. Ich habe hier in dieser Microsoft Excel Datei in der Spalte B meine Beispielswerte, und zwar zwischen 1 und 10. Diese habe ich mit einem Zufallsbereich generiert und diese ändern sich auch jedes Mal, wenn ich hier auf Enter drücke. Nun werde ich diese Werte sozusagen einfrieren, indem ich diese kopiere und einfüge, damit sich diese nicht jedes Mal neu ändern. Und wir können mit einem Blick erkennen, dass zum Beispiel die Zahl 4 dreimal vorkommt und welche Zahl kommt nochmals häufiger vor? Die Zahl 6 und die 8 kommt dreimal vor. Nun werden wir nun die statistische Methode angeben, und zwar indem wir mit desgleich Modus und Modus einfach, zum Beispiel, gibt dir den häufigsten Wert in einem Array oder einer Datengruppe zurück. Diesen wenden wir an und selektieren entsprechend unseren Datenbereich. Und wir erhalten nun die Zahl 8. Jetzt können wir in einem zweiten Schritt überprüfen mit Zielen, wenn, ob denn auch tatsächlich diese Zahl am häufigsten vorkommt. Und wie oft. In diesem Fall kommt die Zahl dreimal vor. Es ist aber auch so, dass die Zahl 4 auch dreimal vorkommt. Dazu gibt es eine zweite Funktion. Denn als Ergebnis möchten wir nicht nur den ersten Wert zurückbekommen, sondern auch alle, die am häufigsten vorkommen. Und deshalb wechseln wir sozusagen von der statistischen Methode Modus einfach auf Vielfach, führen diese aus und diese benötigt dann entsprechend auch etwas mehr Platz. Und wir erkennen, dass die Zahl 8 und 4 zurückgeliefert wird. Eine weitere Überprüfung könnten wir zum Beispiel auch so durchführen, indem wir diesen Datenbereich entsprechend selektieren und dann über ein Histogramm uns anzeigen lassen. Es wird standardmäßig oder automatisch diese Klassifizierungen vorgenommen. Diese müssen wir in unserem Fall noch anpassen, damit das auch aussagekräftiger wird. Und zwar können wir hier unter den Achsenoptionen auch die Intervallbreite definieren. Zum Beispiel, wenn ich hier 1 eingebe, sehen wir, dass die Zahl mit dem Wert 3 dreimal vorkommt, beziehungsweise 4. Hier müsste ich dann noch eine klarere Unterscheidung machen und auch hier die 8. Somit kannst du den Modus in deine Analysen relativ einfach integrieren und auch ein gutes Gefühl über die häufigsten Werte in einen Datenbereich erhalten. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg!